Hallo und herzlich willkommen zu meiner kurzen und knackigen Review des G36C Heckler & Koch von S&T. Nachdem ich diesen Markierer jetzt schon ein paar Spiele benutzen konnte und ihn jetzt auch schon über ein halbes Jahr besitze und weil ich ein paar Anfragen bei ASVZ bekommen habe, dachte ich mir, ich mache mal schnell kurz Review dazu. Und ja, fangen wir mal mit den Eigenschaften schnell an. Bei Kurt und Zeller steht, dass sie 1,2 oder 1,3 Joule hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Im Prospekt jedoch steht, dass sie nur 0,9 hat. Was jetzt richtig ist, weiß ich nicht, weil ich sie noch nicht gekront habe. Aber das werde ich vielleicht irgendwann auch nochmal rausfinden können. Vielleicht weiß es auch einer von euch, wer weiß. So, sonst die Sachen dazu. Dieses Gehäuse besteht hauptsächlich aus Plastik. Die einzigen Metallteile sind der Feuerwallhebel und die Schienen, die wir vorne haben, dreimal. Und die obere Schiene ist wieder aus Plastik. Dann hier die Zielvorrichtung, Kimme. Die Kimme ist aus Metall, das Korn ist auch aus Plastik. Und halt die innere Gearbox. Die Gearbox ist eine Custom G36-3 Version. Was das Ganze, zum Beispiel, wenn man einen Jam hat, ziemlich einfach macht. Was ich hier jetzt mal zeigen kann. Wenn man das Magazin rausnimmt. Da sind auch ein paar Kugel raus, das ist normal bei dem Ding. Übrigens ein Highcap Magazin. Das ist nämlich das Schöne an dieser Waffe. Man kann sie schön einfach zerlegen. Indem man diese Pins rausnimmt. Kann man die Waffe herausziehen. Hier hatten wir jetzt die Gearbox 3. Custom 3, Version 3. Und so. Das Merkmal an der 3er Version, warum die, zum Beispiel, wenn man einen Jam hat, schnell zu reparieren ist, sag ich mal. Man muss nur diesen kleinen Hebel hier nach oben ziehen und dann einmal abdrücken. Und dann ist bis jetzt bei mir der Gear Jam immer wieder gelöst worden, sag ich mal. Das Reinsetzen geht genauso einfach, wie man sie auch herausbekommt. Und das Hop, also hinten reinsetzen, nach vorne legen, das Hop ab-zurückziehen und dann reinsetzen. Dann das Magazin-Fassens-Teil wieder zurückstecken. Einer mit. So. Der Akku befindet sich hier vorne drin. In diesem Teil. Dadurch, dass jetzt aber dieser Metallpin etwas fest ist und ziemlich schwer rauszukriegen ist, lasse ich es jetzt mal so drinnen. Ich glaube, die, ob euch, die sich diese Markierer kaufen würden, haben schon mal eine Airsoft besessen. Oder wissen, wie sowas funktioniert. Weil das Ding ist ab 18. Und da denke ich mal, hat man schon mal ein bisschen was ausprobiert. Dadurch, dass sie ab 18 ist, hat sie natürlich auch nur Semi-Automatik. Klingt auch, wenn man Vollautomatik antippen kann. Das ist trotzdem nur Semi. Und, ja. Das ist halt erst mal so das Grobe vom Ganzen. So, da wären wir jetzt draußen beim Schusstest. Geschossen wird auf ca. 25 Meter mit 0,20 BBs. Und dann schauen wir mal, was wir treffen. Hopp, hopp, fertig eingestellt. Kann man hier an dem Rähchen verstellen, habe ich Ihnen das gezeigt. Und das geht es. So, getroffen haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Hat auf die Entfernung zwar nur 2, 1, 2 Mal eingeschlagen. Aber es ist auch ziemlich feste Pappe. Und ich habe auch schon gemerkt, aus 20, 30 Metern Entfernung spürt man die Treffer noch deutlich. So, Fazit zur G36C Heckler & Koch von S&T. Für den relativ günstigen Preis für eine 18er Airsoft, denke ich mal, ist sie für den Einstieg relativ in Ordnung, würde ich sagen. Also sie ist zuverlässig, ist einfach zu reparieren. Und, ja, negativ kann ich eigentlich nur sagen, dass es vielleicht ein bisschen zu viel Plastik ist. Und, dass kein Code dabei ist, vielleicht noch. Aber sonst, muss ich eigentlich sagen, bin ich zufrieden damit. Sie verzieht zwar, wie man den Schusstest vielleicht mitbekommen hat, etwas nach links auf eine gewisse Entfernung. Aber das kann man ja dann beim zweiten, dritten Schuss einfach korrigieren. Und sonst bin ich eigentlich recht zufrieden damit. Selbst im Winter hat sie noch funktioniert. Wobei anderen Leuten sogar schon der LiPo-Akku ausgefallen ist. Also der Akku ist auch relativ in Ordnung, würde ich sagen. Er hat zwar nicht die größte Energie, aber er ist super. So, würde mal sagen, das war es mit der Review. Ich hoffe, sie hat euch was genützt. Und hier nochmal das Trefferbild. Nochmal mit Licht. Bringt auch nichts, egal. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis vielleicht irgendwann mal zur nächsten Review.